so etage zwei ab jetzt werden die gegner stärker und wahrscheinlich auch meistens mehr hier haben wir eine eine rennmaus auf vier auf vier jahren und morgen ein ratten und hier im ratten wolf mit 32 kleidratenwürfen ihn erstmal zum unbekannten ereignis possum spiel eine einzelne blume auf seiner brust das opossum ist seit mehreren tagen hier aber kerl wir können für ihn beten wir können sein von seinem körper klauen oder nein danke einfach weg gehen ich bete für ihn du kniest nieder um für ihn zu beten er öffnet ein einzelnes auge niemand hat jemals so etwas nettes für mich getan er sagt sagt er wahrscheinlich aus dem englischen übersetzt du bist nicht nur hier um mich auszublündern er gibt dir ein geschenk und legt sich dann wieder hin stachelschuppe juwel zubehör angrenzte schilde erhalten plus 1 schacheln auf sich selbst angrenzte waffen erhalten minus 1 schaden hätten wir ein schild wer das super aber nicht so hier unten haben wir einmal leben einmal geld und hier ist doch irgendwas also vor dem jahr so platt machen als allererstes werfen wir den dart hat jetzt alle das was den schaden zugefügt jeweils ein schleifstein mehrmals einsetzen natürlich gut und jetzt macht jeder neuen schaden recht sehen ihn erst mal auf den hier den kriegt man wahrscheinlich noch platt wir setzen noch mal beide schleifsteine ein slip slip und alle weg als das mit dem schleifstein system finde ich cool dadurch dass man den mehrmals einsetzen ja nicht dass wir single use jetzt haben wir ein neues level hier oben machen wir jetzt erst mal für den hier und damit es gleichmäßig aussieht da der stachelhelm wenn es nicht in der obersten reihe ist ist dieses item deaktiviert fügt drei stacheln hinzu fügt einen block zu super war auch eine lederkappe jetzt über panzer hier aber wieder gift sternen schuriken ein club noch eine machete und schlüssel mit dem man schlüssel mit ab jetzt kann uns nichts mehr aufhalten ihr kriegt gold kostenlose erfahrung ob ich jetzt drauf gedanken und hier könnten wir uns heilen brauchen wir gerade doch nicht auf du bist der rin ausrufe auf jahr du bekommst 11 ist ein 50 hp typ du bekommst 11 xp punkte für das besiegen dieses gegners brüchten zufolge waren rennenmäuse von vor der gründung des oder jan haustiere diese überwucherten monster lassen ein daran zweifeln also wieder rennenmaus sieht es nicht aus ja wohl wieder den dieb guckt euch das an wir haben jetzt 17 block alleine nur durch das was wir da haben wir setzen 12 jahre die drei eigentlich ein drittes mal einsetzen jetzt haben wir den 1 hat den 1 komplett gekillt er hat mir geld geklaut und an der enden roten ist er verreckt und jetzt sehen wir hier jedes mal steigt das so gewinnen wir jetzt jeden kampf auch so wir haben hier das piekacke weil hatten wir schon am anfang ein ganz normalen wurfstamm verursacht fünf schaden schlüssel die rose kennen wir das beschädigte messer der kartennahmpfer für das gewöhnlich kann dreimal benutzt werden für null ursacht acht schaden wenn sie sich benutzt werden kann jetzt kaputt hier haben wir die bronzene brustplatte angrenzende und diagonale sprich wenn wir hier diese vier nehmen angrenzende heißt dass da das da das da das da das da das da das da und diagonale ebenfalls das was da in den ecken ist angrenzende und diagonale rüstungen erhalten plus zwei block angrenzende waffen plus ein schaden mit jede runde zwei block zu ist eigentlich eins meiner lieblings items da es eigentlich alles einmal ordentlich bufft aber wir sind jetzt schon bei 17 rüstung wäre ein bisschen ober flüssel ruse gewalt ist neben noch eine ruse mit wozu dort noch weghauen ich kümmere bist du selten oder normal will ich es jetzt nicht mehr dadurch aber weiter ist gar keine gegner mehr wohl hatte ich auch noch nicht lass uns ein deal machen zwielichter händler sein umhang baust sich als er aus dem schatten tritt wir können einen handel machen du und ich sagt er du weißt dass damit wir können uns jetzt hier eins dieser items auswählen da wir alles bis auf hier oben gewöhnliche items haben können wir eigentlich war im dem wurf stelle er nimmt ein item und sieht ein anderes aus seinem uhr haben dafür ein beschädigtes messer gekriegt wir haben ein bisschen videos gemacht auch passt schon ein händler das hier ist der shop wird uns jetzt noch mehr bachen so was haben wir hier ekelhaftes essen gibt dir zwei energie ist ein konsum item gewöhnlich kostet null gibt dir zwei energie verliere drei lebenspunkte lebenspunkte wiederkriegen ist echt der in dem spiel beide kappen kennen wir schuhe kennen wir die helle bar doppel helle bade kennen wir den stachel selber selbst zauberer robe kleidung rüstung seltenheit selten ist leitfähig magie in dem spiel ist wird du hast sämtliche items haben irgendwie eine eine mit leitfähigkeit haben eine leitung drinnen liegen von wo bader von einem bader gegenstand hier ist es hat ein das ding auf wir haben hier es fügt zwei maler hinzu dass er selbst hat zwei bader und es gibt gegenstädte die maler verbrauchen und ich habe es bis jetzt noch nie hingekriegt irgendwie zu bauen vielleicht gibt es das er geht das ja in dem derzeitigen update das schwert kennen wir und der dunkle schleifstein kann jeden zug einmal benutzt macht er werden waffen in diese reichweite erhalten in diesem zu diesem kampf plus 1 schwäche das heißt das was der hier macht an jedem zug einmal benutzt werden oh ja oh ja die dh war so jetzt haben wir dem geld gegeben wie viel kostest du koste plus drei großen tschüss düsseldahl weiter hell jetzt dürften wir eigentlich gegen alles gefeiert sein sieht gut ja es steht hier gut sieht gut hier aus morgen eine kiste voller wertsachen was haben wir hier spagetti konsum item gewöhnliche ungewöhnlich wenn genutzt plus 1 energie fügt 10 block hinzu und wird dann zerstört spagetti spagetti alles poletti hahaha item texten ist lustig hier haben wir das warme getränk wenn zerstört wenn wir das benutzen das konsum item wird es zuerst benutzt danach zerstört wenn zerstört ersetzt es durch eine leere tasten leere taste ist ein wurf gegenstand wenn benutzt heilt es uns um 10 ich muss gerade noch mal da sie putzen ich bin immer noch nicht ganz gesund werde ich wahrscheinlich nie ich merke schon wie meine nase wieder zugeht auch geht mir das auf den sack ich versuche mal mit weg war prob bei der nase frei zu kriegen ich meine mit einem menthol eukalyptus bauchschmier zeugs keine marken der nun hier muss ich doch lernen so wir sind voll wir könnten spagetti mitnehmen auf einmal dort verzichten aber auf geht's zum ausgang in den krypto jede abteilung hat drei stufen und in der dritten stufe geht es zum boss das ist bei der wälder bei der wälder wir wir unser name ist pass hatte mal das kommt mir bekannt vor dass das ist das verlorene medaillierung meiner mom es könnte einen hinweis darauf geben wo sie ist unsere mom ist anscheinend weg es gehörte deine mutter da ist etwas drin aber aber nur deine mutter wusste wie man es öffnet das gehört dem könig königsgrüppel das ist meins alles im dungeon gehört ihm wenn du es haben willst musst du gegen mich kämpfen okay wir haben jetzt durch drei helfe 22 war schuhe und dem stachelhelm 21 rüstung so wir benutzen als erstes den dunklen schleifstein 12 mal dich weil alles alte brauche ich das plus 1 schwach haben wir jetzt immer noch drauf jetzt nutzen wir das wieder jetzt wird er pro runde überschwächer das wird ein super cup 8 jetzt habe ich fehler gemacht naja egal dass wir doch leiden wir haben gewonnen da müssen wir nicht mehr hier ab eine kiste voller wertsachen goldener käse beute sich legendär einzigartig verkauft für die 25 zusätzliche nahrung in havensack hill verkauft für 25 zusätzliche schätze in havensack hill das kriegen wir am ende jedes durchlaufs was holen wir dafür weg die schleifte hier bist legendärer schleifstein du bist gewöhnlicher das fehler passt da bist du ja es ist warum warst du so lange weg ich habe die duschen erkundet oder ich habe mich im ward verirrt nach wir sind ehrlich wir wir haben darüber gesprochen was versprochen locked e thế des eingangs zu bleiben ich habe diesen erstaunlichen rucksack dort gefunden er hat es mir ermöglicht tiefer zu erforschen und mehr zurück zu kommen zurück zu bringen als je zuvor außerdem können wir die stadt mit dem nicht außerdem können wir die stadt nicht mit dem aufbauen was wir im wald finden können holz das mag sein aber muss ich dich daran erinnern wie gefährlich es dort ist ich erinnere mich ich weiß es ist gefährlich aber jemand muss etwas tun vielleicht kann ich endlich einen unterschied machen das sind banditen die wachen des königs und wer weiß was noch schmecken bieten trotzdem papa jemand muss etwas tun es ist das was mama tun würde eine mutter würde auch wissen vorsichtiger zu sein ich werde vorsichtiger sein das risiko ist es wert ich kann ich kann ihre augen spüren werden das amulett wir können die augen spüren ja dann der dann zu erkunden lässt mich lässt mich meiner mutter näher fühlen ich weiß dass es das ist das was ich tun soll ich nehme an ich kann dich kann man nicht überzeugen verspricht mir einfach dass du vorsichtig bist sein wirst ich habe etwas dazu gefunden ich denke es ist bei was mir der jung ich habe es einem der kapitäne des königs dort und gesehen ich habe einen der kapitän des königs dort unten gesehen ich glaube er wird als mama weggenommen wurde zwar sehen das war das mit der jung der mutter ich erkenne es natürlich sie hat das im danschen gefunden sie behauptet immer es sei magisch und die quelle ihres glücks dort unten ich erinnere mich sie hatte irgendeine art das ding zu öffnen aber es war immer eine herausforderung für mich verdammt ich kriege das ding nicht auf komm nächstes mal zu mir wenn du hier bist ich werde es schon herausfinden das bär jung so und jetzt sind wir in der stadt und wir sehen die stadt ist echt am arsch einzig was noch steht ist ein haus und das ist auch das schritt sie lebt sie lebt seit jahren im helden zack hill sie wird dir krimskrams verkaufen du siehst mitgenommen aus bist du auf dein bist du auf den alten 1 1 siedler krebs sind schatten in der schatztruhe trick reingefallen ich komme gerade aus dem budget ich dachte es mir ich weiß ich weiß immer dass du bist wenn der alte louis am eingang der stadt aufgeregt ist hin und her geht machen wir sorgen um ihn aber ja ich mache mir so gut aber es gibt so viele dinge die beim wiederaufbau der stadt helfen können aber der dungeon verschiebt sich ständig und ich kann nicht tief genug vordringen es ist knifflig da unten es hat jahre gedauert bis mein bruder batz schritte bei seinen erkundungen gemacht hat ich weiß nicht wie meine mutter das gemacht hat ja diese partner war etwas besonderes ich vermisse sie wirklich übrigens was was gutes zu verkaufen gefunden ich habe diesen magischen rucksack gefunden damit kann ich eine menge zeug tragen wie sieht es mit dem rucksack aus ist der zu verkaufen auf keinen fall mit diesem rucksack kann ich alle zeug zurück tragen wird dabei wenn du mehr zeug zurückbringst können wir jetzt zerlegen und verkaufen wenn wir nur den laden hätten um es zu verkaufen warum entfernt sich den alten laden wir können einiges ressourcen daraus bekommt und mir und ich zeige dir wo ist tada so jetzt sind wir dem baumenü und ich muss noch mal der also putzen so wir haben jetzt drei weiter hier unten haben wir die personen der stadt derzeit ich zwei stück warum sehen wir es auch hier haben wir unsere rucksack das was wir mitgebracht haben und hier haben wir das baumenü derzeit ich bloß mit zerstören was den alten laden zerstört wieder zurück du hast den alten laden wirklich schnell demoliert hier ist ein bauplan für für einen neuen kannst du ihn bauen neuer bauplan gewerblich gebäude für jede gewerbliche dekoration der nähe plus 5 effizienz es wird einige ressourcenkosten umzubauen aber du hast einige bekommen als du den alten laden demoliert hast du sollst einen neuen laden wir haben einen neuen laden da können wir nicht bauen da bauen wir hin den umkreis der grad gesehen hat hier wenn wir da irgendwelche dekoration rein machen direkt effizienz ich habe ich habe einen laden gebaut als ich sagte du sollst einen laden bauen meinte ich über die nächste woche über die nächsten wochen ja so ist so schnell gemacht es ist der rucksack die ich gefunden habe ich kann alles bewegen tragen und organisieren sogar gebäude das ändert alles mit dem was was du jetzt tun kannst denke ich könnten wir haben wirklich wieder aufbauen ich werde den laden als tausch posten einrichten du solltest zurück in den dungeon gehen und mehr vorräte finden dieser rucksack ist wirklich was besonderes hier auf ein abenteuer nee erstmal machen wir den rucksack leer gegenstände die wir in dem rucksack drin haben können wir nicht noch mal benutzen also alles verkaufen bauen können wir nichts zerstören auch hier mindestens 25 bewohner da 20 gehen wir auf ein neues abenteuer ja 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 ja